Die Pago richtet heute den Cloud Desktop Day in Köln aus und wir sind stolz über 100 Teilnehmer zu haben und wir schauen uns alle Themen rund um Cloud, rund um Desktop, rund um Security an und machen dies mit den Produkten unserer Hersteller Citrix und Microsoft und natürlich unseren Beratern, die ihre Erweiterung dort mit einbringen. Wir sind heute hier auf dem Cloud Desktop Day, der Veranstaltung rund um Cloud Desktops, die wir gemacht haben, um das Thema aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und haben hier versucht, einfach von dem Anfang Cloud, von der Planung bis hin zur Konzeption, über Architektur, über warum machen wir Desktops, bis hin zu Security und Orga-Beratung einfach einmal der Rundumschlag zum Thema Cloud Desktop zu machen. Ja, Pago hat ja einen tollen Event am Start. Ich freue mich sehr, dass wir hier als Sponsor an der Firma Citrix unterwegs sind und freue mich jetzt auf weitere Gespräche mit unseren Kunden und den Pago Leuten. Mir gefällt das Event wirklich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, dass ich super empfangen worden bin. Das Programm bis jetzt zur Hälfte war sehr interessant, eine gute Einführung für mich, habe viel mitnehmen können, mag die wirklich sehr gemütliche Atmosphäre, es ist nicht so überlaufen und die Zusammenarbeit mit der Sepago von meiner Unternehmensseite aus gerade gestartet und kann gerne so weitergehen. Sepago spielt für uns als Partner eine sehr große Rolle. Wir haben ja bereits schon in den letzten zwei Jahren verschiedene Proof of Concepts zu Windows Virtual Desktop Services, aber auch genauso zu Citrix Cloud bei den verschiedensten Kunden durchgeführt. Und auch jetzt mit unserem Live-Gang von Windows Virtual Desktop Services seit dem 30.09. ist Sepago einer der engen Partner hier in Deutschland, mit denen wir viele Kundenprojekte durchführen. Was die gute Zusammenarbeit mit Sepago auszeichnet? Oftmals haben wir sehr oft schnelle Anfragen. Sepago hat immer halt zur kürzesten Zeit reagiert. Wir haben einen hohen Anspruch an Qualität, auch da hat Sepago immer geliefert und das Thema Lokalität. Sepago ist wie Ströhe am Kölner Standort verwurzelt und kann dadurch auch kurze Antwortzeiten garantieren.